Ich würde sagen, es läuft relativ gut bis jetzt. Ich habe den Auftrag vor einer Zeit bekommen. Dann konnte ich einem Kollegen sagen, dass ich mir eine Platte herstellen soll. Und er war per Zufall sofort verfügbar. Er konnte sie innerhalb von ein paar Tagen bereit machen und liefern. Aber jetzt bin ich sie hier im Zusammenschrauben. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. ARD Text im Auftrag von Funk